Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu The Last Guardian, der mittlerweile, glaube ich, 16. Folge schon. So, in der letzten Folge haben wir erfolgreich diese Ritter hier, oder Rüstungen, oder keine Ahnung, was das sind. Komische Leuchtrüstung hier, gekillt. So, und ich würde sagen, wir müssen jetzt wahrscheinlich darüber. Da bin ich ja vorher leider abgestürzt, wo ich ab wie immer drauf war. Aber jetzt schauen wir uns an, wo es weitergeht. Ja, Papa ist da. Oh, und jetzt darüber los. Bitte ohne abstürzen diesmal. Okay. So. Ich muss dem Mikael mal ein Befehl geben, der springt ganz alleine hier lang. Was ist denn das da? Okay, ich gehe jetzt mal nicht... Bitte nicht einstürzen. Bitte nicht einstürzen. Okay. Okay. Okay, was ist das? Wieder zwei Spiegel. Da werden wir wahrscheinlich nicht weiterkommen. Aber was ist das hier? Ein großer weißer Turm. Okay. Ich denke mal, die zwei Spiegel können wir auf jeden Fall runterschieben seitlich. Aber er flippt natürlich voll aus gerade. Scheint hat es hier irgendwas mit ihm zu tun. Der weiße Turm hier. Vielleicht ist es hier das Nest oder was. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da auch sein Heer drin. Können wir hier rüberspringen? Nein. Okay. Kommen wir nicht rüber. Wie komme ich denn da rüber? Äh. Komme ich hier überhaupt rüber? Oh mein Gott. Ich komme ja gar nicht mehr hoch, oder? Oder ich muss jetzt da rüber irgendwie? Probier es einfach mal. Sonst ist ja das hier unten nicht wahrscheinlich. Oh mein Gott. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Dann springen wir mal an dem Balken ran. Oder wir springen hier hoch. Ich weiß es nicht. Dann springen wir mal an dem Balken. Dann springen wir jetzt den ganzen Weg da hoch wahrscheinlich, oder so. Okay. Ups. Springen wir rüber. Zack. Okay. Schaut schon mal nach richtigen Weg aus. Oh. Lalalalalalala. Geh hier hoch. Ganz langsam da rüber. Hau mal. Das Ding stürzt jetzt nicht ein. Sieht so ziemlich morsch aus. Okay. So. Komme ich da rüber? Ja. Müsste ich rüberkommen. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Okay. Aber. Ich komme da gar nicht hoch. Das heißt. Mh. Was ist denn da unten? Unten komme ich nicht entlang. Müsste ich mal schauen, ob ich hier rüberkomme. Hier komme ich nicht lang. Scheiße. Hängen. Komm ich auch nicht hoch. Nein. Fail. Oh. Fail. Okay. Wo komme ich denn hier hoch? Okay. Ich komme nicht hoch. Aber ich komme doch da oben auch nicht hoch. Jetzt gehen wir mal hier entlang. So. Jetzt probiere ich mal hoch zu springen. Okay. Das geht nicht. Aber warum? Die muss irgendwie zu die Spiegel auf jeden Fall. Jetzt gehe ich noch mal zurück. Oh mein Gott. Geh halt hier runter, Hinsch. Ah. Boah. Ich komme doch da gar nicht hoch. Nee. Nee. Kein Plan, wie ich da hochkommen soll. Ah. Okay. Ich habe es gesehen. Okay. Oder? Nee. Das geht auch nicht. Okay. Das muss ja fast an dem Turm da weitergehen, aber... Ihr habt nix gemacht gehabt. Also er ist auf jeden Fall nicht... ...da entlang gegangen. Okay. Probieren wir es noch mal. Das muss ja gehen. Okay. Aber da sieht es aus, als ob es eine Kante wäre, wo man lang gehen könnte. Oder ich muss sich lang hangeln, dass er nicht gehen kann. Probieren wir es einfach noch mal. Oh, ey. Okay. Wo geht es jetzt hier weiter? Geht es hier runter? Okay. Okay. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Der weiße Turm, Leute. Der weiße Turm. Okay. Runter. Wird gescheit runter. 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 So. Jetzt bitte nicht abstürzen wieder, Andy. Okay. Oh, nee. Oh, knapp gemacht hier. Ah, genau. Huhuhu. Meine Fresse. Also ich weiß, 100% stürze ich noch ab, bis ich da oben bin. Bitte nicht abstürzen. Ich will nicht abstürzen. Oh. Oh, 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 oh. Langsam. Okay. Boah, ey. Ich will ein bisschen zurück. Richtig, also um den ganzen Turm jetzt da hoch, praktisch, oder wie? Okay. Okay. Es ist eigentlich nicht schwer zu springen. Sag ich jetzt mal bloß, die Steuerung ist ab und zu ein bisschen hakelig. Dann machst du immer nicht das, was ich will. Teilweise. Okay. Gibt es anscheinend wieder was zum Prüber. Okay. Sag mal, wenn du eine Mal in der Animation drin bist, dann geht es eigentlich leicht. Zum Beispiel das hier, das Schleichen hier an der Wand. Aber teilweise, bis man da mal reinkommt oder an der Kante steht und dann irgendwie sich mal ein bisschen im Analogstick einfach mal ein bisschen verdreht, dann ist man sofort abgestürzt. Da muss man echt aufpassen. Langsam, langsam, langsam. Oh. Schleich erst mal. Ja, wir sind jetzt schon oberhalb des Nestes. Das haben wir ja vorher in der Zwischensequenz gesehen. Also ich denke mal, dass das hier, ja, der Hauptpunkt ist von dem Nest oder woher die die Befehle bekommen. Mal schauen, ob hier irgendwo Rüstungen rumstehen. Okay. Hier ist nüscht. Was ist denn das hier überhaupt? Da haben die vorher die Signale bekommen, glaube ich, gell? In der Zwischensequenz. Wo ist eigentlich alles so hell? Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt diese Spiegel da wegballern können. Ja, ich komme schon. Ich komme schon, Trico. Ich komme schon. Aber jetzt warte mal. Jetzt will ich aber erstmal schnell dahin, da hinschauen, was da noch ist. Da ist hier so eine komische Tür. Hier kommt man wieder nicht auf. Ich werde wahrscheinlich gleich einmal rumgelaufen sein. Ja, okay. Okay. So, jetzt langsam machen hier nicht, dass ich irgendwo noch runterfalle. Wenn man den ganzen Weg nochmal gehen muss. Okay. Langsam. Ja, ich mache ja schon. Hätte ja locker rüberspringen, kein Mensch. Meine Fresse. Oh, was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier los? Egal. Ich kann nix machen. Boah, ich kann nix machen, Leute. Alter, was ist das für ein Armee? Ich glaube, mit dem Bunk-Glas tun die irgendwie die Viecher da. Trico. Trico. Nein. Hilf mir, bitte. Aber Leute. Wenn man gerade auffällt, irgendwie kommen mir die Flügel schon ein bisschen größer vor. Nein, jetzt war ich schon noch im weißen Turm. Scheiße. Trico! Ja! Ich kann es nicht unterlassen. Scheiße. 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 support.지만. Muh rasa. Da unten wär schon was. Komm hoch. Komm, zieh, 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 zieh. Oh, ich komm hier nicht durch mit dem. Dann muss ich hier lang gehen. Oh, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Okay. 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 Okay, dann gehen wir hier hoch. Schalte. Komm. Zieh, Egger. So, wir sind hier wahrscheinlich da hoch. Nein. Help me, Toriko. Oh, wir sind jetzt hier hin. Ist der oben jetzt schon frei oder nicht? Ist der oben jetzt schon frei oder nicht? Ist der oben immer noch zu? Ja, komm jetzt, komm. Ja, komm jetzt, komm. Okay. 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 Okay, nix zu schalten. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Oh, wir sind hier. Okay. Oh, ich bin. Oh, ey. Das ist. Oh, ey. Ich hab doch gesagt, die Flügel sind größer geworden. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir weiter. Trico, Trico. Mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Also unser Ziel ist auf jeden Fall dieser blöde Turm. So wie es ausschaut. Sollen wir hier noch weiter hoch gehen? Oder sollen wir hier raus gehen? Ich schau mal, was da draußen ist. Ah, da kommt man wahrscheinlich runter. Aber wir müssen eigentlich hoch. Wir müssen hier hoch eigentlich. Wir müssen hier zu dem Turm. Das ist eigentlich der falsche Weg. Also gehen wir weiter hier hoch. Ich hoffe mal, der hat seine Phobie jetzt überwunden. Mit den komischen Gläser da. Hier geht's auch raus. Ah, das sind die ganzen Einsturzdinger. Okay. Hier geht's komplett hoch. Dann gehen wir gleich mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob der mir hier folgen kann. Okay, hier ist ein Fass. Hier ist ein Fass. Wollen wir das mal. Ah! Geht's hier nochmal hoch? Hier wird's... Nee, hier ist zu. Okay. Hier ist zu. Das heißt, ich muss zu ihm runter. Ich muss ihm das Fass bringen. Ja, ich komm hier schon. Das heißt, ich muss ihn runter. Ich muss ihn runter. Der ist ja... Das heißt, ich muss ihn runter. Wo ist er denn? Da, komm her. Okidoki. Oh, la 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 la. Okay. Oh, bist du schon müde? Komm her. Wir haben jetzt keine Zeit zum Ausrunden. Okay, komm hoch. So. Oh, dann los. Ich guck mal, dass es da draußen weitergeht. Na, los. Jetzt, komm. Nicht zurückgehen. Jetzt her. Komm. Ja. Okay. Okidoki. Okidoki. Da müssen wir nicht. Ich guck mal da rüber. Da wird sie denn hin. Da ist doch nichts. Na, spring doch, Mensch. Ok. Okay Uh 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 Huh Uh 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 Okay Uh 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 Okay Gehen wir mal hier weiter Okay Ich jetzt gar nicht schlecht aus Soll sie nicht zu weit gehen Da oben irgendwie das Ah okay Seh ich schon Seh ich schon Mach dir den Machst du den Alter aber nausig Oh Locke hier ist nichts ich glaube dass der da hoch muss na komm da muss ich rein kommen trichol 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 Nein, geh doch mit zuerst auf da drauf, oder wie? Da sollst du hochgehen, komm. Wahnsinn. So, da rein, komm. Ich halte hier rein, wenn ihr nicht will. Hm, okay. Also... Die Sterne, wenn ich runterfalle? Jetzt komm rein. Nein, jetzt, also... Ich stirb doch bestimmt, wenn ich hier runterfalle, oder? Nein, komm jetzt her. Ich spring jetzt hier einfach runter, weil es mir wurscht ist. Jetzt kommt er, mein Gott. Da muss ich echt schnell warten. Okay, dann kann ich die schon mal... Was macht der denn? Das muss ich gleich mal wegschieben. Scheiße. Okay, das kann ich also nicht runter schmeißen. Da muss ich irgendwie wahrscheinlich... Ah, okay. Okay. Jetzt schau, da ist Speere drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Jetzt zeig's ihm. Oh mein Gott. No Sterico. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um den Himmel zu uns. The hell he is. Was lebt was ich jetzt? Wenn ihr das fliegt. Weih he is. Was lebt was ich jetzt hier? Oh mein Gott. Wollen wir die runter oder was? Keine Rüstung Was wird sie machen, Mensch? Oh! Oh! Na komm. Na, schon verstanden. Oh, das ist ein Dreck hier. Hier, wir kommen. Okay, da sind wir stärker wie unsere. Spannung pur, Leute. Spannung pur. Okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich sehe was. Nein, hier ist nichts. Woah. Yeah. Wir sind jetzt. Was ist sie? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das für mich? Natürlich ist er schon bald tot, ey. Oh mein Gott. Okay, Leute. Sehr traurig jetzt grad, ich hoffe mal er ist nicht gestorben, aber ob er noch lebt oder ob er tot ist, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Dran bleiben, ist richtig spannend, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder auch einen Daumen nach oben und ansonsten, tschau, servus, bis zum nächsten Mal, euer Andi.